Letztens Moschee, jetzt macht sie Haram Musik. Ich glaube Musik zu machen ist nicht Haram, nur sie zu hören ist doch Haram oder nicht. Aber auch wenn, Sana, ne, was fügt ich das? Ich kann auch spielen, was ich will. Ich will auch live spielen, aber die 1000 Abo nicht mehr. Das ist scheiße. Wie viele hast du schon? Guck, ich folge dir jetzt. Ich folge dir. Mal nimmst du Leder Leggings und trägst du selber welche? Nein, ich trage keine Leder Leggings und ich finde das auch grausam. Damals habe ich das getragen. Dankeschön erstmal für dein Geschenk. Auf TikTok-Video man sieht, oft Polen machen Fintner als die Deutschen selbst. Ich sage dir so wie es ist, ja wirklich. Machst du Führerschein? Ich habe schon meinen Führerschein. Wieso so aufgeregt unterwegs heute? Weil ich die Menschen nicht verstehe, die AfD wählen. Ich verstehe es nicht. Ich werde das auch niemals verstehen. Niemals. Niemals. Ja, liebe deine Einstellung. Ignoriere die einfach. Lass sie reden. Ja, ist auch recht. Browsy, wild, grün, aber grün. Ich habe gar nicht gewählt. Digga, nicht mal Bescheid wissen, aber trotzdem große Fresse. Ist klar. Und Leute, hätte ich die Chance gehabt, dann wäre ich auch natürlich wegen gegangen. Aber ich konnte gestern nicht. Was benutzt du für deine Haare? Das, was es gerade gibt. AfD ist konservativ besser als CDU oder SPD. Niemand sagt auch, dass CDU und SPD perfekt ist. Würde ich kein Zornbein wählen. Danke, dass du aus Mitleid fährst. Nein, nicht aus Mitleid. Wenn du irgendwelche Kaffee-Videos hast, dann würde ich mir die richtig gerne angucken. Weil ich lerne ja alles. Wie groß muss ein Mann sein? Auf jeden Fall größer als ich. Ich bin 1,58 Meter, also ist das ganz einfach. Bitte ab, heute keinen Kontakt zu badern. Auf jeden Fall. Spielen wir bitte was vor. Ich habe doch eine Sache. War so eigentlich ganz gut. Das Ding ist, bei so Aufgaben, die so ein, zwei Punkte nur gebracht haben und ich die nicht verstanden habe, habe ich mir jedes Mal gedacht, scheiß drauf, mach die nicht. Aber das habe ich irgendwie so fünf, sechs Mal gemacht. Ich habe bestimmt so fünf, sechs Aufgaben, die ich nicht gemacht habe, so diese Teilaufgaben. Bescheid sich über AfD, aber geht selbst ich wählen. Ja, okay. Du Kunde. Oh, plötzlich einfach politische Diskussion. Aber was haben die bitte? Ja, sorry, aber die haben nichts, die haben nichts Besseres, die haben nichts Besseres zu tun. Wollen ihre Meinung jedes Mal laut rumschreien. Und deswegen, ähm, gehen sie in andere Lives rein und schreiben sowas rein. Ist doch klar. Wird mich nicht wundern, wenn dieser Typ Bürgergeld kastiert. Ich sage euch so, wie es ist, Leute. Okay. Leute, lasst doch die Politik hier raus. Ja, bin ich der selben Meinung, Leute. BDA ist pro AfD. Nicht verdienen. Glaube ich dir auf gar keinen Fall. Glaube ich dir auf gar keinen Fall. Sorry. Mein Gott. Soll ich das im Nutzern kleben? So. Ähm. Soll ich nicht eingefallen? Immer vor Wahl passiert irgendwas mit Ausländern und dann wollen. Ja, wirklich. Scheiß drauf, Leute. Maurice, ich gebe dir recht. Ich gebe dir zu 100% recht. Die werden jetzt alle gesperrt. Jeder, der in der Politik redet. Also richtig redet und nicht nur fragt, warst du gestern wählen. Ähm. Stummschalten. Aber so, dass er sich immer mal auf mein Live angucken kann. Ich sende dir Geilsabrechnungen. Und ich glaube, oh mein Gott. Stummschalten. Auch du. Wo sind die Muddys, wenn man sie braucht. Wirklich. Elias, du bist jetzt Moderator. Oh, warte. Bitteschön. Pust du mal neue Videos bei Kek. Ja, wenn ich die Torten machen würde, dann natürlich. Es kommt ja nichts. Bitteschön. 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 Bitteschön.